Im Bett gibt Isabel Horn, 35, den Ton an, jedenfalls in den Wochen nach der Geburt ihres ersten Kindes. Vor knapp zwei Jahren ist die ehemalige GZSZ-Darstellerin zum ersten Mal Mutter geworden. Isabel ist stolze Mama von Töchterchen Ella. Sie geht in ihrer Rolle scheinbar voll auf, denn aktuell erwartet sie schon erneut Nachwuchs. Doch auch die Zweisamkeit mit Baby-Daddy Jens darf bei der 35-Jährigen nicht zu kurz kommen. Nach der Entbindung ist das allerdings erstmal so eine Sache, dass A und O in dieser Situation sei Kommunikation, sie habe das Thema auch offen angesprochen, verrät die Vloggerin im Promi-Flash-Interview. Und wer hat letztlich die Initiative ergriffen? Das war ich. Jens hat mir das komplett überlassen und ich habe ihm dann schon irgendwann die Signale gegeben, Tipps für Promi-Flash. Einfach E-Mail an, tipps-it-promiflash.